Der kleine Liner aus dem Hause Sunlight, der Sunlight E68 Adventure Edition. Mein Name ist Dominik von Virtual Campsite und den möchte ich euch heute vorstellen. Und er hat eine Länge von 7,41 Meter, sowie eine Gesamthöhe von 3,06 Meter und eine Breite von 2,32 Meter. Und das alles bei einem Gesamtgewicht von 3,500 Kilo. Sprich in der Serienausstattung 357 Kilo Zuladung und hier ist auch schon der Fahrradträger aus dem Hause Thule. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aber trotzdem mal die Heckgarage von dem Fahrzeug an. Und die kann sich wirklich sehen lassen. Die Hecktüren sind leider nicht gleich groß. Sprich auf der Fahrerseite hat sie eine etwas kleinere Aufbautür. Jedoch hat sie hier wirklich die Möglichkeit einiges unterzubringen mit den Fächern. Phänomenal. Auch eine 230 Volt Steckdose sowie ein Licht ist vorhanden. Ideal um sein E-Bike aufzuladen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Und ich kann euch schon vorab sagen, wir haben hier drinnen eine Stehhöhe von 2,10 Meter. Für große Leute absolut genial. Zudem verfügt er über vier eingetragene Sitzmöglichkeiten. Die drehbaren Fahrersitze würde ich sagen, die klappen wir jetzt erst einmal um, damit ich euch das Hubbett zeigen kann. Und da würde ich sagen, let's go! So, erfolgreich erledigt. Und das Hubbett, das ist phänomenal. Denn dieses hat die Maße 2 Meter mal 1,50 Meter. Ich kann es jetzt nicht ganz nach unten klappen, aber es ist wirklich groß. Und vor allem auch hier wieder mit einem Dachfenster. Das Ganze auf einen Fiat Ducato. 2,2 Liter Multi Jet. Und das Ganze bei 160 PS. Selbstverständlich auch mit 9 Gang Automatikgetriebe. Auf der Beifahrerseite gibt es jetzt hier ein riesen Armaturenfach. Wo ihr während der Fahrt alles bequem einordnen könnt. Und somit hat euer Co-Pilot den perfekten Überblick. Auf der Fahrerseite auch hier ein Getränkehalter. Alles wirklich schön organisiert. Und die Ginette, die ist auch wirklich schön. Mir gefällt dieses Kunstleder. Sieht perfekt aus. Und ihr habt hier noch ein kleines Staufach. Ideal für eure Adiletten oder gar eure Birkenstock. Ich finde es ein absolut gelungenes Fahrzeug. Unter dem Sitzbank befindet sich auch ein weiteres Staufach. Ihr habt hier die Möglichkeit wirklich einiges mit unterzubringen. Wie wir gerade gesehen haben, natürlich auch mit Isofix. Hier besteht die Möglichkeit einen Fernseher anzuschließen. Direkt darüber befindet sich ein Hängeschrank. Ein Fenster. Um zu sehen, wer gerade vor der Tür steht, darf hier nicht fehlen. Und auch hier ein weiteres großes Fach. Natürlich ideal, um seine Schuhe unterzubringen. Wie man sehen kann, von beiden Seiten zu beladen. Sprich einfach den Sitz nach oben klappen und die Schuhe verstauen. Über die Ginette befinden sich zwei Hängeschränke. Mach es nochmal auf, damit ihr es nochmal hören könnt. Wir haben hier ein Soft-Close-System. Und ich muss sagen, der Klang ist top. Hört sich sehr gut an. Wir haben bestes Wetter hier in Sulzemos beim Freistaat, beim Glück. Und das Ganze mit einem Verdunklung sowie Moskitonetz. Dann schauen wir uns doch auch gleich die Küche an, die L-förmig angeordnet ist. Mit einem Thetford Gasherd mit drei Flammen. Standard, wie man es kennt. Auf der anderen Seite befindet sich das Waschbecken. Unter dem Gasherd befinden sich selbstverständlich die Schubladen. In der ersten Schublade, wie soll es anders sein, Besteck. Wir haben hier Gasblock, 12-Volt-Steckdose sowie eine 230-Volt-Steckdose. Die zweite Schublade ist auch recht großzügig. Wie gesagt, alle bis 15 Kilo belastbar. Und hier, die ist etwas kürzer. Ich denke, man kriegt trotzdem einiges an Töpfen mit unter. Ansonsten bekommt es hier mit unter. Und dieses Fach ist richtig, richtig tief. Also Platz gibt es hier in diesem kleinen Liner von Sunlight. Hier noch ein Lichtschalter. Und gegenüber kommt jetzt der Kühlschrank von Thetford. Insgesamt 167 Liter. Und das Gefrierfach hier hat 29 Liter Volumen. Und dieser Kühlschrank, der ist doch richtig, richtig toll. Ich muss sagen, für eine große Reise, phänomenal, absolut genial. Und ja, was will man denn noch mehr? Direkt darunter befindet sich auch nochmal ein Fach. Ich bin beeindruckt, wie viele Fächer, wie viele Staumöglichkeiten dieses Fahrzeug hat. Direkt darüber befindet sich jetzt der Fernseher. Und den schiebe ich euch jetzt mal raus. Mal schauen. Ich muss leider reinlangen. Geht nichts anders. Der ist natürlich schwenkbar in sämtliche Richtungen. Was natürlich genial ist, um vom Bett aus Fernseher zu schauen oder gar von der Dinette. Hier ist mal ein Stückchen nach hinten. Also, man kann wunderbar von allen Seiten drauf schauen. Und der ist doch hier richtig ordentlich verräumt. Da fehlt sich gar nichts. Schienen wir es wieder rein. Hier sehen wir noch die Bedienpaneele von Schaut. So wie von der Truma Kombi 6. Bevor wir mit dem Bad weitermachen, zeige ich euch noch ein weiteres Staufach. Weil gibt es ja hier en masse auch richtig, richtig tief. Bitte keine kleinen Kinder verstecken. Und jetzt die Duschkabine. Ich baue das jetzt nicht um. Man sieht es, denke ich, recht gut hier. Und das Ganze hat hier ein Frischwasservolumen von sage und schreibe 122 Liter. So wie ein Abwassertankvolumen von 92 Liter. Die Türklinke hat auch schon jemand gebrauchen können. Hier an der Tür ein großer Spiegel. So wie auch hier. Hallo. Auch hier ein richtig, ja, großes Staufach. Wirklich ein großes Staufach. Und unter dem Waschbecken befindet sich auch nochmal, wie soll es anders sein, ein großes Staufach. Hier eine 230 Volt Steckdose. Das Ganze mit einer Tedford Kassettentoilette. Bevor wir im Schlafbereich weitermachen, blende ich euch jetzt die wichtigsten Details mit ein. Wem es zu schnell geht, einfach kurz auf Pause drücken. Willkommen im Schlafzimmer hier beim Sunlight. Und dieses Bett ist doch ein absoluter Traum. Sorry für den Wackler, mich jetzt fast geschmissen. Die Bettmaße auf der Beifahrerseite sind 2,10 Meter mal 80 Zentimeter. So wie auf der Fahrerseite 2,15 Meter mal 80 Zentimeter. Und im Gesamten, so wie wir es jetzt sehen, haben wir 2,10 Meter in der Breite. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Absolut geil. Ich muss sagen, für große Menschen ein Traum. Wirklich ein Traum. Hier sind die Drittstufen. Und dann schauen wir uns auch gleich mal den Kleiderschrank an. Was auffällt, er hat leider keine Beleuchtung. Die findet ihr selbstverständlich bei mir in der Videobeschreibung für eine externe Schrankbeleuchtung. Die ich persönlich genial finde. Ich werde dafür nicht bezahlt, aber ich liebe diese Schrankbeleuchtung. Hier ein Lichtschalter für den Schlafbereich. Auf beiden Seiten natürlich mit Fenster sowie direkt darüber auch eine große Dachhiki. Und hier befindet sich leider nur der Lichtschalter. Keine Steckdose. Wo ist eigentlich die Steckdose? Ich hoffe, wir finden noch eine. Jetzt machen wir mal die Hängeschränke hinten hoch. Die sind doch absolut großzügig. Hier bekommt ihr auf jeden Fall alles mit unter, was ihr mitnehmen wollt, in den Urlaub. Das war es im Großen und Ganzen auch schon hier wieder mit dem Sunlight I68. Ich bedanke mich wahnsinnig fürs Zuschauen. Es hat mir wieder richtig viel Freude gemacht. Und um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Entweder mit dem nächsten Wohnmobil oder gar mit dem nächsten Campingplatz. Macht es gut. Ciao. Euer Dominik. Ich bin dran. Ich bin dran. Bis zum nächsten Mal.